Als Intuitionschakra wird gerne das dritte Auge bezeichnet, auch Agnya Chakra genannt, auch Stirnchakra genannt. Das Stirnchakra befindet sich auf der Mitte der Stirn, streng genommen wird es Trikuti bezeichnet, drittes Auge, und es ist letztlich Teil des ganzen Energiesystems von Agnya Chakra. Agnya Chakra wird ja gerne auch als Befehlschakra bezeichnet, sechstes Chakra, Chakra des reinen Geistes. Agnya bedeutet Befehl und Kommando. Aber das Agnya Chakra ist auch der Sitz der Erkenntnis, deshalb wird es auch als Erkenntnis Chakra bezeichnet, auch als Wissens Chakra, aber es ist eben auch der Sitz der Intuition. Und so, wenn du Übungen machst, die dein Agnya Chakra stimulieren, stimulierst du auch deine Intuition. Übungen für das Intuitionschakra. Manche der Asanas aktivieren das Intuitionschakra. Dazu gehört zum Beispiel Kopfstand, dann die Vorwärtsbeuge, dann auch der Bogen, der Drehsitz. Das sind vielleicht die wichtigsten Asanas für das Intuitionschakra. In besonderem Maße hilft die Wechselatmung. Die Wechselatmung harmonisiert den Energiefluss durch Ida und Pingala, zwei Energiekanäle links und rechts, die im Intuitionschakra zusammenkommen. Und so kannst du ein paar Atemzüge lang in der Wechselatmung dich auf Ida und Pingala konzentrieren und dann bei den letzten Atemzügen auf Agnya Chakra, das Intuitionschakra. Meditation für das Intuitionschakra. Du kannst dich auf das dritte Auge konzentrieren. Zum Beispiel bei der kombinierten Mantra-Meditation sitzt du dich erst ruhig hin, du atmest tief ein und aus mit dem Bauch, du bittest um göttlichen Segen und dann wiederholst du ein Mantra und dann bringst du deine Bewusstheit zum Intuitionschakra in den Stirnbereich. Vielleicht spürst du dort ein sanftes Pulsieren, vielleicht siehst du dort ein Licht und dann kannst du mit diesem Licht und diesem sanften Pulsieren zusammen das Mantra spüren und wiederholen und fühlst so, wie das Intuitionschakra aktiv wird. Intensiv wirkende Übung fürs Intuitionschakra. Es gibt zwei besondere Übungen, die ich noch herausgreifen will, mit denen du das dritte Auge öffnen kannst, das Intuitionschakra aktivieren kannst. Das eine ist Shambhavi-Mutra und das zweite ist Trataka, auch Tratak genannt. Shambhavi-Mutra wird manchmal genannt, das Siegel des Segens und das Siegel des Glücks. Es gibt verschiedene Formen von Shambhavi-Mutra. Eine wäre, du schaust auf die Nasenspitze etwa eine Minute lang, dann schließt du die Augen und danach spürst du dein drittes Auge, das Intuitionschakra. Du machst das etwa eine Minute und dann schaust du wieder auf die Nase, eine Minute lang und dann wieder Konzentration auf das Intuitionschakra. Die meisten Menschen, die das machen, werden relativ schnell ein Pulsieren im Intuitionschakra spüren oder gar ein Licht dort haben. Zweite Möglichkeit wäre, mit den Augen nach oben zu schauen, eben Richtung Mitte der Stirn. Manchmal kann das sogar dazu führen, dass so aussieht, als ob du die Augen ganz verschwinden lässt. Aber du lässt natürlich nicht die Augen verschwinden, sondern die Pupille zeigt dann eben nach oben. Auch hier gilt wieder eine Minute hinschauen, dann die Augen entspannen, bei geschlossenen Augen wieder eine Minute hinschauen, dann Augen entspannen, bei geschlossenen Augen weit wegschauen. Auch so wirst du dein Intuitionschakra spüren. Nächste Möglichkeit wäre Trataka, auf eine Kerzenflamme. Du schaust eine Minute in eine Kerzenflamme, die etwa 1,50 Meter bis 4 Meter von dir weg ist und dann schließt du die Augen, entspannst die Augen und spürst diesen Stirnbereich, also den Bereich des Intuitionschakras. Das kannst du dann auch ein paar Mal wiederholen und dann spürst du diesen Bereich pulsieren oder hast Lichtwahrnehmungen oder Visionen. Und wenn du das eine Weile gemacht hast und wann immer du dann Zugang brauchst für deine Intuition, wenn du irgendwo Zugang finden willst zum höheren Wissen, dann konzentriere dich einen Moment auf das dritte Auge und dann wird eine Intuition dich leiten. Übe also Übungen zur Öffnung des Intuitionschakras und dann nutze dein Intuitionschakra ganz praktisch. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de www.yoga-vidya.de